Für mich ist diese Kerner-Sendung ein Modellfall, wie eine Person skreditiert wird. Und die Richterin sagte so, wir haben jetzt hier das Zitat von Frau Herrmann. Hier ist nichts missverständlich. Du hast es ja nicht bezogen auf die Nazis, sondern du hast es bezogen auf die Zeit vor den Nazis. Sie hätte überhaupt nicht über das Dritte Reich sprechen sollen. Du kannst keinen Menschen davon abhalten, dich misszuverstehen. Wenn du 20 Jahre lang die Tagesschau vorliest, dann gehörst du ja fast zur Bundesregierung. Da geht was an einer Stelle daneben, wo leider überhaupt nichts daneben gehen darf. Für mich ist diese Kerner-Sendung, und das möchte ich gerne nochmal detailliert besprechen, ein Modell, ein Modellfall, der Fall Elber Herrmann, wie eine Person skreditiert wird, wie sie wird abgenagt wird, und wie sie öffentlich hingerichtet wird. Mit all den Versatzstücken, also der Verdächtigung, braunes Gedankengut zu haben, mit der Verdächtigung rückständig zu sein, mit der öffentlich genießenden Verächtlichmachung einer Person. Und weil das so ein wirklich ein beispielhaftes Stück war, möchte ich, dass wir uns das jetzt mal anschauen. Guten Abend an Ihnen allen, ein sehr herzliches Willkommen. Das Thema unserer heutigen Sendung ist im weitesten Sinne... Warst du aufgeregt? Ja. Bei der Sendung? Angespannt. Angespannt. Bei der ARD im September war eine Einladung zur Kerner ausgesprochen worden, für mein neues Buch. Okay. Bis dahin war es ja noch kein Skandal. Dann wurde es zum Skandal hochgejazzt, und dann bekam ich eine Ausladung. Bei dieser Einladung hatte ich damals gefragt, wer wird denn anwesend sein? Ja, Margarete Schreinemarkers und Senta Berger. Und dann wurde ich ausgeladen, die entsprechend auch. Und als am 9. Oktober die nächste, das war dann diese hier, die Einladung erfolgt war, waren die beiden wieder dabei. Und das hatte mich stutzig gemacht, denn das ist eigentlich unüblich, wenn man jemanden auslädt und sagt, wir hätten die ja in der Sendung sitzen müssen. Total. Und da war mir klar, nee, die kommen meinetwegen. Ja, das ist abgesprochen. Ja, das war so mein Gedanke. Ich habe vorher gebetet. Ich habe mich einfach zurückgezogen und gebetet und mir Kraft erfüllt. Du schilderst hier in diesem Buch, also eine Strukturanalyse dieser Sendung. Fantastisch. Die Wahrheit und ihr Preis. Die Wahrheit und ihr Preis. Und es ist deshalb auch so lustig, weil du beim Aufschreiben immer, du siehst die Absurdität genauer. Du wirst immer komischer in der Beschreibung. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber wahrscheinlich schon. Und da beschreibst du, wie vor der Sendung diese Frauen in einem zusammen waren und ihr seid in einen Extra-Raum. Du bist in Begleitung deines Anwalts gekommen und ihr seid in einen Extra-Raum geführt worden. Ja, also es gab bei Kerner, ich war ja ein paar Mal bei Kerner vorher schon in der Sendung gewesen und ich kannte da die Örtlichkeiten. Und da gab es einen Gästeraum, der war großzügig, da war ein kleines Buffet mit Kanapies, es gab immer Champagner. Und da ging man dann so vor der Sendung hin, hat noch ein bisschen getalkt mit den anderen Gästen und dem Moderator natürlich, um dann in die Sendung zu gehen. Und diesen Raum gab es natürlich bei dieser Sendung auch und da waren auch alle drin, nur wir nicht, also der Anwalt und ich, wir wurden in ein fensterloses Kämmerlein gesteckt und es stand gar kerklich ein Gläßlein Wasser dort und das war es. Und da musst du natürlich auch aufmerksam werden und sagen, was ist denn hier los? Soll ich weitermachen? Ein herzliches Willkommen einer Schauspielerin, die seit 41 Jahren verheiratet ist und auch Mutter von zwei Söhnen ist, Senta Berger. Danke. Vielen Dank. Deutschlands Frauenversteher Nummer 1 ist Comedy-Star Mario Barth. Guten Abend. Und ich begrüße sehr herzlich die Moderatorin Eva Herrmann, die sich ein wenig verharmlosend über die Familienpolitik im Dritten Reich geäußert hat und vor einem Monat von ihrem Arbeitgeber, dem NDR, entlassen wurde. Herzlich Willkommen, Eva Herrmann. Und gleich zu Beginn beschäftigen wir uns also mit der Geschichte der Buchautorin Eva Herrmann. Eva Herrmann, seit fast 20 Jahren das Nachrichtengesicht. Sie soll bei der Tagesschau Nachrichten lesen, aber nicht machen. Vor einem Jahr beginnt sie ihren Feldzug gegen die Frauenbewegung. Im umstrittenen Buch Das Eva-Prinzip fordert sie, Frauen zurück zur Familie und vor einem Monat dann ihr missverständlicher Satz zur NS-Familienpolitik. Es ist damals eben auch das, was gut war. Und das sind Werte, das sind Kinder, das sind Mütter, das sind Familien, das ist Zusammenhalt. Äußerungen, die Eva Herrmann den Job kosten und Schlagzeilen machen. Ihr Arbeitgeber zieht daraufhin die Notbremse. Das war aber schon, der Halbsatz, der war schon mitverständlich. Der war aus dem Zusammenhang gerissen. Also du hast es ja nicht bezogen auf die Nazis, sondern du hast es bezogen auf die Zeit vor den Nazis. Und in deinem Buch hast du ganz ausführlich dargestellt, wie die Nazis die Familie eigentlich instrumentalisiert und zerstört haben. Richtig. Dass sie gerade das, worauf du Wert legst, die Mutter-Kind-Bindung, es kappen wollten. Sie wollten tatsächlich diese, die wollten keine Weichwaschlappen erziehen. Wie heißt sie? Johanna Hara. Hitler hatte Johanna Hara ins Familienministerium beordert. Hara hatte Bücher geschrieben, Familienratgeber, die übrigens bis in die 80er Jahre hinein Bestseller in Deutschland waren. Und in diesen Bestsellern hat sie also plädiert dafür, die Kinder frühzeitig von den Müttern zu trennen, die Kinder schreien zu lassen, auch ruhig daneben an. Und diese Sprüche, lass schreien, das stärkt die Lunge, das ist ein Nazispruch. Oder auch, sich die kleinen Plagegeister vom Hals zu halten. Das ist Nazi-Vokabular, das habe ich dort geschrieben und in dieser betreffenden Pressekonferenz habe ich das auch dargestellt. Ich bin gefragt worden, warum ist Deutschland heute so familienfeindlich und wo hat das angefangen? Und da habe ich gesagt, spätestens in der Nazizeit, weil die haben diese Trennung von Mutter und Kind mit aller Kraft. Hitler selbst hat das versucht voranzutreiben. Also es ist deutlicher, kann man es nicht gesagt haben und dennoch wurde dir das irgendwie wie ein Post-it-Zettel immer noch hinten draufgeklebt. Das ist doch wahnsinnig. Das ist doch eine, da muss man doch verrückt werden, Eva. Da muss man doch sagen, könnt ihr nicht lesen, könnt ihr nicht zuhören. Es ist doch verrückt. Weißt du, was das Verrückte war? Diese Pressekonferenz, da waren ungefähr 30 Pressevertreter. Als wir mein Verleger Christian Strasser und ich dieses Buch präsentiert haben in der Bundespressekonferenz in Berlin, also hochpolitischer Platz auch, und 30 Pressevertreter von ARD, ZDF, RTL, Sat.1 von Stern und wer weiß was alles, die waren anwesend. Und ich habe das hier so erläutert und sie haben es alle verstanden, bis auf eine einzige Redakteurin vom Hamburger Abendblatt namens Barbara Möller, von der man dann kurze Zeit später erfuhr, dass sie in den engsten Kreis von der Cheffeministin Deutschlands Alice Schwarzer gehört. Und jetzt kommt der eigentliche Punkt, als dass den nächsten Tag, hat keiner irgendetwas Destruktives berichtet, außer das Abendblatt. Daraufhin brach das Gewitter ja erst los. Und nun habe ich, leider hatte der Verleger diese Pressekonferenz nicht mit aufzeichnen lassen. Dann habe ich gesagt, naja gut, es ist ja jetzt nicht so schwierig, das Zitat, ich muss ja beweisen, dass ich das nicht gesagt habe, was mir unterstellt wird. Und dann bin ich auf die Suche gegangen, da waren wir ganz viele am Ende, um eine Station zu finden, die mir dieses Zitat bringt. Und es hat niemand gemacht. Es hat keiner das Originalzitat rausgerückt. Und dann bekam ich zwei Wochen später eine anonyme Zuschrift eines Journalisten, der mir das Zitat, diese Aufnahme schickte und sagte, ich ertrage es nicht mehr. Toll, toll. Siehst du, es gibt doch auch noch, es gibt doch auch noch Wache und Hellwache. Leute, lasst uns mal weitermachen. Ja. Das Grundgesetz schützt jede Meinung auch die abwegigste. Diese allerdings war nun wirklich nicht mehr mit ihrer Aufgabe im NDR vereinbar. Das Ende einer Fernsehkarriere. Keine Tagesschau mehr, kein Hermann und Tietjen. Nur noch Zeit zum Nachdenken und zum Bücherschreiben. Eva, am 6. September war die Pressekonferenz, in der das Buch vorgestellt werden sollte. Was hast du seitdem gelernt? Ich habe gerade gelernt, dass du schon wieder eine genau wie in der letzten Zeit falsche Äußerungen getan hast. Nämlich, du hast gesagt, ich hätte mich missverständlich über die Familienpolitik des Dritten Reiches geäußert. Und das habe ich definitiv nicht getan. Ihr habt auch in diesem Fall gerade wieder einen abgeschnittenen Halbsatz gezeigt, der aus dem Zusammenhang gerissen wurde. Das heißt, ich habe gelernt, um jetzt an die Frage zu antworten. So, also du hast es ihm, du hast ihm jetzt eingeschenkt, ne? Ich habe einfach klargestellt. Klargestellt, ja. So, jetzt gehen wir vor zu... Und jetzt kommt eine Stelle, wo Kerner wiederholt, ich bitte dich doch endlich zu entschuldigen vor dem deutschen Volke da draußen und vor unserer Geschichte. Ja, lass mal lofen. Zu den Werten, die angesprochen worden sind. Du selber sagst, die Nazis haben diese Werte pervertiert in jeder Form. Nichts anderes hat ja der Historiker auch gesagt. Warum sagst du nicht, dass es ein Fehler war, überhaupt diesen NS-Vergleich in einer, in welcher Form auch immer, in einer solchen Pressekonferenz, in der es darum geht, ein Buch vorzustellen, zu erwähnen? Ich habe es gerade gesagt, wir haben über die Ursachen gesprochen. Die Frage ist gestellt worden, warum haben wir Probleme mit den Werten? Warum zerfällt unsere Gesellschaft? Warum haben wir viele Scheidungen? Warum haben wir kaum noch Familien, die zusammenfinden und bestehen bleiben können? Warum muss man einen Vergleich mit der NS-Zeit machen? Gerade nochmal, wenn man die Ursachen sucht, dann findet man sie doch hier. Hier sind genau diese Dinge missbraucht worden und danach dadurch für unbrauchbar erklärt worden. Herr Wilfer, reicht Ihnen das als Erklärung? Nein, das reicht mir gar nicht. Absolut nicht. Warte mal, kannst du mal, also du sagst, oder er sagt, man darf gar nicht mehr dran rühren. Man darf selbst metaphorisch, selbst als Vergleichsgröße, darf man gar nicht an das Nazi-Reich des Unheils anrühren. Wir dürfen da keine Berührung haben. Das ist also diese typisch deutsche Neurose. Und er macht ja den Vorwurf, du könntest doch missverstanden werden. Also du musst sozusagen versuchen, nicht missverstanden zu werden. Das ist so neurotisch und das ist so unmöglich. Dieser Anspruch ist so unmöglich. Du kannst keinen Menschen davon abhalten, dich misszuverstehen. Also es gibt noch ein anderes gutes Beispiel für diese Neurose. Ich hatte geklagt gegen einen großen Verlag in Deutschland und ich hatte in der ersten Instanz in Köln gewonnen. Und dann ist die Gegenseite in Berufung gegangen. Ah nee, da ging es nicht um einen Verlag, da ging es, Entschuldigung. Da ging es um den NDR, wo ich mich auch wieder einklagen wollte. Und da ist auf jeden Fall ein ehemaliger Vorgesetzter beim NDR von mir, Herr Schreiber, befragt worden. Und die Richterin sagte so, wir haben jetzt hier das Zitat von Frau Herrmann. Hier ist nichts missverständlich. Es liegt alles klar, warum haben sie, das ging dann sinngemäß so, warum haben sie dann trotzdem beschlossen, dass Frau Herrmann gehen muss. Und da war er ganz verzweifelt und hat sinngemäß gesagt, ja, sie hätte überhaupt nicht über das Dritte Reich sprechen sollen. Und das ist ein Moment gewesen für mich, ich war ja dabei, wo ich gedacht habe, das sind ja wirklich schwere Ängste und Neurosen, dass du über die Zeit, die doch Deutschland bis heute überschattet, nicht sprechen darfst und nichts auflösen darfst. Und er ist das beste Beispiel dafür, wie sehr überschattet das ist, wie sehr diese Neurose immer noch in den Köpfen lasst und wie sie instrumentalisiert wird. Also das ist ja, dass dieser Slalomlauf einem immer noch aufoktroyiert wird. Ich kann nur sagen, und das sage ich jetzt coram publico, ich bin kein Mörder. Ich kann nichts für die Nazizeit. Die Taten der Väter und Vorväter, die habe ich nicht zu verantworten. Die habe ich nicht zu verantworten. Ich bin kein Nazi. Du sprichst von Sippenhaft. Ja, ja. Und also da möchte ich mich, aber wie gesagt, das können wir vielleicht mal in der Exosendung diskutieren, unser Verhältnis zur Vergangenheit. Ja, dann würde ich weitermachen. Jetzt kommt hier der spannende Schluss, der Rauswurf. Und diese verräterische Zeile von Senter Berger, wann machen wir, ich muss jetzt gehen, oder wann machen wir denn endlich das, was wir abgesprochen haben? Das sagt sie ja im Laufe der Sendung vorher auch schon mal. Ja, okay. Sagt sie auch, wann machen wir endlich, was wir eigentlich vorhatten. Also sie war, man konnte auch sehen, also es ging ja 50 Minuten, weit über 50 Minuten. Und vielleicht hatte man gehofft, dass man mich vorher zur Strecke bringen. Ja, du bist einfach da. Ich bin, aber ich habe... Du bist einfach gesessen. Das ist toll. Nein, ich habe argumentiert, ich habe ja immer noch gehofft, die Welt retten zu können, aber das war mir dann doch nicht gelungen. Sachsen-Anhalt. Nein, es liegt... Natürlich, und die jungen Leute haben überhaupt keine Jobs in Sachsen-Anhalt. Man muss ihnen Arbeit beschaffen, das ist ihr gutes Recht. Und dann können sie auch eine Familie gründen und dann haben sie gerne Kinder. Also ich muss jetzt gehen. Es tut mir wirklich leid. Ich kann diese Diskussion nur wirklich ernsthaft führen. Dann muss ich mich vorbereiten, muss ihre Bücher kennen oder aber wir machen, was wir eigentlich auch mal vorgesehen hatten. Ich würde dir das auch vorschlagen. Ich gehe jetzt gern. Okay? Und jetzt die Scheine, Markus, weiß nicht so genau, ob sie gehen soll, mitgehen soll oder... Aber sie bleibt sitzen, ne? Die Senderberger. Das sind ja doch die besonders spannenden Momente, wo man sich selbst so ein bisschen Gedanken macht und überlegt, wie man weitermacht. Und die habe ich mir jetzt gemacht und habe mich entschieden, dass ich mit meinen drei Gästen weiterrede und dich, Eva, verabschiede. Vielen herzlichen Dank. Danke. Danke sehr. Und verzehnen Tag. Danke. Danke. Danke sehr. Bitte. Und verzehnen Tag. So. Und dann bist du rausgegangen und vor dem Senderhaus warteten schon Pulks von Paparazzi. Also das hatte sich offenbar rumgesprochen, dass da irgendwas geschieht. Und dann habt ihr mit einer Atem behorbenen... Erzähl mal. Ja, es war so. Ich habe ja vom Spiegel, die waren irgendwie an der Produktionsgesellschaft damals mitbeteiligt. Und da hatte ich im Nachklang, nachdem ich dann nach diesem Rauswurf in einigen Sendungen aufgetreten war, hatte ich eine Unterlassungserklärung bekommen, dass ich nicht behaupten darf, dass das ein geplanter Rausschmiss gewesen sei. Und das musste ich auch unterschreiben. Und deswegen würde ich sowas auch nie öffentlich behaupten. Ja, man kann natürlich sagen, also Sender Berger, dass sie, ich kenne das ja, man kämpft um Redeanteile natürlich auch, wenn man zu so einer Talkshow geht und dass sie dann irgendwie sauer war, dass ihr Redeanteil, was, also vielleicht hat sie auch was zu verkaufen gehabt, dann geschrumpft ist und sich darauf bezieht, was wir abgesprochen hatten, also, dass wir über mich reden, so übersetzt. Kann man so interpretieren, aber muss man nicht. Ich wollte aber eigentlich noch eine andere Stelle haben, und zwar mit der Schreinemarkers. Könntest du die nochmal versuchen rauszukriegen? Welche? Wo sie sagt, da betritt man ganz dünnes Eis, darüber darf man nicht reden. Warte mal hier. Und da geht was an einer Stelle daneben, wo leider überhaupt nichts daneben gehen darf. Das ist, ja. Und jetzt wird der gute Kerner nochmal die Eva auffordern, sich zu überlegen, ob sie das tatsächlich nochmal sagen würde. Und erwartet sich dann jetzt wahrscheinlich, nein, würde ich nie wieder sagen. Das ist noch einmal dieselbe Frage, die ich dir am Anfang gestellt habe. Glaubst du, dass nur die anderen Fehler gemacht haben und du keinen? Verschämtheit. Nein, natürlich, man macht immer, jeder macht Fehler. Und mein Fehler ist es vielleicht gewesen, nicht von Anfang an sofort auf die Herausgabe des Materials noch deutlicher zu dringen. Wenngleich es ja gar nicht möglich gewesen wäre, weil es bis heute nicht erschienen ist. Aber deine Formulierung war nicht fehlerhaft, die würdest du auch wieder so benutzen, weil da hast du nichts falsch gemacht. Nochmal, ich spreche von der ganzen Kasse. Nein, wir können doch nicht nur sagen, es gibt um ein Zitat. Würdest du das heute alles genauso wieder machen und sagen? Ich will dich ganz fair behandeln und ich will dir alle Möglichkeiten geben, das darzustellen. Ich könnte jetzt sagen, ich würde es wieder so machen. Aber natürlich wird man durch solche Dinge, durch solche Vorfälle vorsichtiger. Ich muss einfach lernen, dass man über den Verlauf unserer Geschichte nicht sprechen kann, ohne in Gefahr zu geraten. Den Verlauf unserer Geschichte? Das ist ja wohl gar nicht wahr. Das geht doch jetzt alles hier nicht. Entschuldige mich. Wir können das hier auch gar nicht diskutieren. Das ist eine Ebene, die geht nicht. Da muss ich mich sogar passen und distanzieren. Entschuldige mich. Das ist unerträglich. Das ist unerträglich und auf der Sensor. Sorry. Es ist für mich auch nicht leicht zu ertragen. Nein, nein. Sorry. Ich habe noch den Tisch. Aber jetzt noch nur Folgendes sagen. Ich kriege erhöhten Puls. Sorry. Ich wollte nur an dem Punkt, wo ich merke, dass wir inhaltlich nicht weiterkommen, lassen wir es dann natürlich. Ich wollte nur zum Ende des Gesprächs, weil ich mich der Fairness verpflichtet fühle, nochmal Gelegenheit geben, dir die Möglichkeit zu bieten, zu sagen, dass du vielleicht auch nach der Diskussion irgendetwas irgendwie anders siehst. Du hast gesagt, dass du das nicht anders siehst. Das ist dein gutes Recht. Und dann wenden wir das Gespräch an dieser Stelle. Vielen herzlichen Dank. Danke. Und jetzt Margarita. Los, okay. Ich halte mal ganz kurz hier ein. Ja. Das war jetzt eigentlich der Moment, wo, wenn es abgesprochen gewesen wäre, wir spekulieren natürlich nur, jeder gedacht hätte, jetzt schmeißt er es raus. Ja, ja, ja. Aber jetzt macht er das eben nicht. Das freut mich. Das freut mich. Danke. Margarita. Danke. 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 Das geht jetzt nicht. Jetzt sitzen wir hier und haben ein Problem. Ja. Und ich habe anfangs noch gedacht, Eva hat gar nicht gewusst, was sie sagt. Ja, also nicht so richtig. Da waren so viele Informationen und sie wollte ihr Buch verkaufen und war so eifrig und da geht was daneben. Und da geht an einer Stelle was daneben, wo leider überhaupt nichts daneben gehen darf. Du gibst ihr jetzt jede Chance dieser Welt mit einer Engelsgeduld, aber es kommen Dinge, die kann man nicht vertreten, die kann man nicht sagen und dazu kann man auch nicht ruhig hier sitzen. Wenn es immer dazwischenrede ist, dann haben wir nachher ein Problem. Ja, ja, ja. Okay. Nee, ja. Jetzt, hast du das gesehen? Ja, jetzt hast du, jetzt hast du aber extra gemacht. Nee. Das hast du jetzt extra gemacht. Nein. Dann tust du jetzt Mädchen. Die ist wieder rausgesprungen. Hier ist sie. Hier ist sie. Hier ist sie. Siehst du. Tust du mal auf Play machen. Tust du mal auf Play machen. Ja. Ich sage es nur. Ich würde schon sagen, dass ich versucht habe, Eva Herrmann Gelegenheit zu geben, das darzustellen. Wir haben versucht, uns das erklären zu lassen, die historischen Zusammenhänge von einem ausgewiesenen Fachmann dafür, der sehr viele veröffentlicht hat über das NS-Regime, über die Nazi-Zeit. Und wir haben hier, wie ich finde, nicht uninteressant miteinander gesprochen. Irgendwann ist der Punkt, wo ich dann, in diesem Fall jetzt an Eva, keine weiteren Fragen habe. Aber das heißt ja nicht, dass unsere Zeitung zu Ende ist. Wir haben ja noch ein paar Seiten Zeitung hinten dran. Das ist jetzt schwierig. Das ist wirklich schwierig. Es ist jetzt sehr, sehr schwierig. Ich finde es auch schade, dass wir hier in so einer weitläufigen Distanz sitzen. Ich finde es auch sehr schade, wenn Eva sagt, sie lehnt es ab mit einem ausgewiesenen Fachmann, der sich mehr als drei Gedanken zum Thema gemacht hat und der weit davon entfernt ist, nur zu polemisieren. Ich finde es schade, dass sie ablehnt, überhaupt dann auch noch sagt, mit ihnen rede ich gar nicht erst. Also das ist eine Basis, wo ich sage, geht auch nicht. Also, dann holen wir uns die Lesen aus dem Buch. Sie ist wiederholt, die Gelegenheit gegeben worden, dich schuldig zu bekennen. Und vor allen Dingen, die abgetakelte Schreinemarkers regt sich im Quadrat auf und sagt, das ist, das finde ich den wichtigsten Satz überhaupt. Sie sagt dann wörtlich, das geht jetzt gar nicht. Das geht jetzt, wie heißt das hier? Und da geht was an einer Stelle daneben, wo leider überhaupt nichts daneben gehen darf. Das ist das Grundgefühl aller Deutschen. Da geht was daneben. Also genauer kann sie es nicht sagen. Sie kann es nur so ertasten. Wo an einer Stelle, wo überhaupt nichts daneben gehen darf. Also wo wir sozusagen in diesem inneren Aufpasser, dieser innere Aufpasser, geschärft sein muss, wenn da was daneben geht, dann haben wir die große Katastrophe. Und das ist der Rahmen unserer Kultur und unseres Diskurses über die Vergangenheit, über die Nazi-Zeit und die Traumata. Da darf nichts daneben gehen. Das ist also ganz dünnes Eis. Und wie sollen wir je über diese Zeit hinwegkommen? Ich mache mir in meinem Deutschlandbuch Gedanken darüber, dass die deutsche Geschichte ja ein bisschen länger ist als diese zwölf dunklen Jahre. Seit spätestens Otto dem Ersten. Das geht dann über Lichtfiguren wie Dürer und Gutenberg und dann über die Klassik, die Romantik, Goethe, Schiller, die philosophische Explosion um 1800 mit Fichte, Schelling, Hegel, Hölderlin. Und geht dann weiter, Mozart, Beethoven. Also wir haben eine derlich reiche, beglückende Galerie von Ahnen. Und das soll alles ausradiert werden, geschrumpft werden auf diese zwölf Jahre eines durchgeknallten Österreichers. Und das ist so neurotisch, wie die versuchen, dich da sozusagen mit Gewalt in diese verbotene Zone, in die Dead Zone zu drängen. Ich bewundere deine Coolness, die du da an den Tag gelegt hast, sehr sachlich immer wieder das Gleiche zu sagen. Das war wahrscheinlich auch mein Glück, denn inzwischen hat sich das Blatt natürlich gedreht. Diese Sendung habe ich damals sichern lassen. Die steht auf meiner Webseite in drei Teile aufgeteilt. Jeder kann sich im Original das anschauen. Hin und wieder stelle ich es auch auf dem Telegram-Kanal ein. Und ich bekomme unendlich viel Post von Menschen, die sagen, es ist so durchsichtig, es ist so beschämend auch. Und ich denke mal, also ich habe dir das ja gesagt, ich bin ja auch Vertreter der Karma-Lehre. Was der Mensch sät, wird er vielfach ernten. Das sagt Christus, damit beschreibt er ein wichtiges Gesetz der Wechselwirkung. Und was da gesät wurde, was jeder Einzelne gesät hat, das wird auf ihn zurückkommen. Und deswegen ehrlich gesagt, ich habe Mitleid oder Mitgefühl. Ich leide ja gar nicht mit denen, sondern ich habe Mitgefühl dafür, was dem einen oder anderen noch bevorstehen könnte. Und für mich ist die Sache tatsächlich erledigt. Super. Eva, das war eine ganz spannende Diskussion mit dir über sehr viele Themen. Und danke dir, dass du dieses Martyrium mit mir zusammen nochmal angeguckt hast. Und ich kann nur sagen, wir sind weiter, der Kampf geht weiter, sagt der kubanische Revolutionär. Oder Rudi Dutschke hat das am Grab von Holger Mainz damals gesagt. Holger, der Kampf geht weiter. Eva, der Kampf geht weiter. Ich bedanke mich sehr für dieses wunderbare Gespräch und bis demnächst. Ich danke dir, lieber Matthias. Ciao. Ciao.